Ein bisschen sieht das Ganze wie Tennis oder vielleicht wie Ping-Pong aus, was die Märkte aktuell machen. Es geht hin und her, immer wieder vor und zurück, nach oben und nach unten und das ohne irgendwie eine klare Richtung. Warum das Ganze? Na, offensichtlich haben sich die Marktteilnehmer noch nicht festgelegt für die Richtung. Deshalb sehen wir immer wieder, wir sehen das hier im 4-Stunden-Chart, ich mache das mal groß, etwas, was ja eigentlich, na, das sieht doch recht steil runter aus. Mensch, klasse, steile Flanken, naja, dann ging es auch recht steil wieder hoch. Jawohl, aber nicht korrektiv runter, sondern wieder steil runter. Jetzt, wer im 5-Minuten-Chart guckt, hat schon fast die Idee, na, das geht doch schon steil wieder nach oben. Also ihr seht, die Marktteilnehmer haben sich offensichtlich noch nicht für eine Seite entschieden. Es war so ein bisschen die Versuchung, na, ist es das hier? Der Kurs hat zumindest versucht, drüber hinaus zu gehen, über das letzte Hoch, aber für einen Einstieg hätte er dann Schwäche zeigen müssen, und zwar schwache Schwäche, also schwach nach unten. Er ist aber sehr steil nach unten und damit ist das bullische Bild eben nicht das, was sich aktuell durchsetzt. Aktuell ist die letzte starke Richtung, wenn man die letzten vielen Stunden anguckt, zumindest mal nach unten. Und deshalb die Vermutung, wenn es jetzt korrektiv hier nach oben geht, dass dann Zwischentiefs für weitere Anschlussverkäufe gut sind. So ähnlich, wie wir das beim Dowel letzte Woche gesehen haben, da war das relativ schön, dass er das dann auch so gemacht hat, in die Mitte rein korrigiert. Also, wenn wir das Ganze mal mit Fibonacci ein bisschen auskleiden wollen, höchster Punkt hier, tiefster Punkt, ich mache es sogar groß, dann seht ihr das besser. Also, höchster Punkt, tiefster Punkt, dann wäre so eigentlich so die Zielzone, wo eine Korrektur hingehen könnte, das wäre so in etwa beim DAX-Index, ja, ist 15.280, sagen wir mal, bis 15.400, so roundabout, das muss nicht auf Millimeter genau sein. Und wer jetzt sagt, Mensch, da sind wir doch schon, was zählt sie denn für ein Mist? Ja, aber es sollte ja korrektiv sein, also irgendwie so oder von mir aus auch so aussehen, dreiwellig oder von mir aus mehrere Hin- und Herbewegungen, aber mit Kursüberschneidung. Das wäre korrektiv und dann böten sich diese Zwischentiefs für Shorts an, mit Erwartungshaltung, das, was wir vorne haben, hinten nochmal zu sehen und damit auch das letzte Tief nochmal rauszunehmen. Was ich nicht weiß, ob er hier korrektiv jetzt nach oben kommt. Diese Vermutung hatte ich ja an anderer Stelle auch schon. Zum Beispiel hier, wenn er hier korrektiv runtergekommen wäre, wäre ich da long gegangen. Der Vorteil ist, ich konnte relativ zeitig sehen, naja, ich brauche gar nicht zu versuchen, long zu gehen, er ist ja nicht korrektiv gelaufen. Wenn er jetzt eben nicht in diesem Verhaltensmuster da hochläuft und dann auch nicht die Zwischentiefs hier, also das letzte Tief jetzt hier beispielsweise durchstößt, ja, dann brauche ich auch nicht die Short-Seite anzusteuern. Wenn er jetzt sowas macht, na, dann ist es vorläufig eher vielleicht noch die Long-Seite und wenn er jetzt dieses ganz Doofe wieder macht und einfach sagt, oh, dann gehen wir nochmal steil hoch und dann wieder steil runter und wieder steil hoch, dann bin ich ein Zuschauer an der Geschichte. Ich weiß, viele sagen dann, ja, aber hier hätte man doch auch schon viel Geld verdienen können. Wenn ihr das wollt, auf diesen kleineren Ebenen, dann müsst ihr auch in den sauren Apfel beißen und hier im kleineren gucken, ob es da, wenn es mal eine steile Bewegung, auch das machen wir mal Großes, eine steile Bewegung, dreiwellig nach oben, dann müsst ihr eben eine kleinere Größenordnung angehen. Auch das war dreiwellig nach oben, auch das war korrektiv. Und die Zwischentiefs, die muten immer wieder an, naja, das ist doch dann eigentlich eine Fortsetzung. Scharfe Bewegung, dreiwellig hoch. Also ihr habt immer wieder diese Ansätze, egal, sucht euch eine Zeitebene raus. Für die ganz kurzfristigen unter euch machen wir das als Augentraining. Schub hoch, wackelig runter. Wenn ihr nicht sicher seid, wie tief messt ihr vom tiefsten Punkt zum höchsten Punkt. Der Kurs müsste hier irgendwo rein wackeln, hat ein Zwischenhoch hier und ihr habt eine Mindesterwartung, dass quasi das, was ihr hier vorne gesehen habt, zumindest nochmal kommt. Es kann mehr werden, aber irgendwie sowas, im Moment sieht es ja nach mehr aus. Also ihr seht, das ist hier quasi der ganz kleine Bruder von der Idee, die ich eben genannt habe. Nur mit dem Hinweis, das war jetzt im 5-Minuten-Chart ein Long-Szenario. Warum? Weil wir eine aufwärts starke Bewegung hatten und korrektiv in diese Zone, dreiwellig oder eben überschneidend hier nach unten. Das Gleiche in eine Nummer größer, allerdings auch in die falsche Richtung, wäre jetzt das, wenn er jetzt das, was ich eben hier eingezeichnet brächte. Und das hätte dann die Möglichkeit eben für den Anschluss Short, so ähnlich wie ich das hier gezeigt habe. All diese Scharmützel sind, was wir jetzt hier gerade erzählen, hat nur was für den heutigen Nachmittag, vielleicht für die nächsten ein, zwei Tage zu tun. Das ist nicht geeignet, eine Aussage im übergeordneten Bild. Das muss ich immer wieder betonen, weil viele natürlich diese Videos jetzt quasi mal reinschneiden und sagen, jetzt hast du doch Long gesagt, jetzt hast du doch Short gesagt. All dieses bezieht sich auf das kleine Bild, dass sich dieses hier noch mal wiederholt hier hinten. Also wir noch mal tiefer gehen. Im großen Bild bin ich nach wie vor nicht glücklich beim DAX. Warum? Weil wir hier zu tief runter sind, zu viel Korrektur haben. Es wäre für mich sehr typisch, wenn wir auch diese Marke noch mal sehen, 14.500. Und würde mich nicht mal wundern, wenn wir vielleicht sogar diese Marke sehen. Wenn also der Kurs hier auch hier noch mal so halbwegs in die Mitte runter kommt. Das würde mich nicht wundern. Das muss nicht sein, aber rechnet damit. Wenn ihr bullisch seid und wenn ihr sagt, alles auf kaufen, dann plant das mit ein. Nicht, dass ihr enttäuscht oder stinkig seid nachher, wenn das passiert. Das ist nicht Pflicht, aber das ist so typisch, dass ihr es zumindest mit kalkulieren müsst. Das heißt, entweder müsst ihr dann weit weg stoppen, dass ihr sagt, das überlebe ich. Danach geht der Kurs ja wieder hoch, wenn ihr so bullisch seid. Oder eben, dass ihr vorher schließt und sagt, das tue ich mir nicht an. Dann versuche ich hier halt wieder einzusteigen, wenn der Markt mir hier irgendwelche Longeinstiege dann eben wieder bietet. Und seid euch dessen bewusst, er macht das mit Sicherheit. Auf irgendeiner Zeitebene wird er euch da Einstiegsmöglichkeiten wieder bieten. Also rechnet damit. Das ist wie gesagt nicht zwingend. Wer jetzt also sagt, ach komm, dann hat er doch hier unten gezeigt, gehe ich doch jetzt short, wird schon so sein. Das ist nicht traden. Traden ist nicht von wegen irgendeiner sagt dann mal, jetzt passiert das und dann wird das auch so 100% passieren. Sondern traden ist, die Gestaltung so vorzunehmen, dass es vorteilhaft ist und es ist nicht vorteilhaft, an dieser Stelle jetzt blindlings zu shorten. Sehe ich nicht. Denn es besteht ja die Chance, besteht ja die Möglichkeit, dass wir vielleicht hier nur so einen kleinen Rücksetzer nochmal haben und der Markt anschließend nach oben geht. Das heißt, wenn geht an der Stelle short und wenn ihr dann sagt, naja, ich möchte aber gerne dieses Abwärtsszenario spielen, dann bleibt halt drin, zieht einen Stop auf den Einstieg und sagt, ab jetzt kann nichts mehr passieren. Wenn er jetzt fällt, mache ich einen riesen Gewinn. Wenn er nicht fällt, gehe ich mit plus minus null wieder raus. Ich hoffe, dass so ein bisschen klar wird, wie man da denken sollte in so einem Fall. Ich weiß, viele wünschen sich das anders. Ne, 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 Rüdiger, ich habe mir jetzt hier fünf Minuten oder wie lange auch immer jetzt schon meine Zeit dir gewidmet. Jetzt will ich von dir wissen, kann ich mich sicher drauf verlassen, dass er da reinfällt, damit ich jetzt hier shorten kann? Oder kann ich mich jetzt sicher drauf verlassen, dass der Bullenmarkt nach oben geht? Na gut, wer mich kennt, weiß, was ich von solchen Aussagen halte. Seid da vorsichtig mit solchen Wünschen, äußert die nicht zu laut. Es ist nicht vorhersehbar, was passiert, aber es ist gestaltbar. Diese Unsicherheit ist gestaltbar und deshalb der Ansatz hier zum Beispiel mit diesen Zwischenhochs, das gibt euch eine verbesserte Chance. Auch die ist nicht absolut, aber eine verbesserte Chance, auf der besseren Seite zu sein und vor allen Dingen ein schöneres Chance, Risikoverhältnis damit zu erzielen. Ich habe hier sogar noch meine vorwochenendliche Zeichnung drin beim Dow Jones im 4-Stunden-Chart der Dow Jones Future und ich finde die immer noch ganz hübsch. Er steigt ja im Moment noch, also ich würde mich gar nicht wundern, wenn er noch ein bisschen weiter klettert, dann in die Pause geht. Und das kann durchaus sein, dass der DAX jetzt ja auch noch, der haben wir ja auch gesagt, der sollte noch ein bisschen weiter steigen und danach geht der DAX noch mal runter. Ich versuche das noch mal synchron zu machen. Hier ist die Erwartungshaltung, erst noch mal mehrere Stunden hoch, danach in die Pause. Jetzt gehen wir noch mal auf den DAX, erst noch mal mehrere Stunden hoch und danach in die Pause. Das ist zwar in die andere Richtung, das Bild, aber sie würden gleich laufen, wenn dem so wäre. Das ist keine Garantie, aber es wäre zumindest mal nicht nachteilig. So, bleiben wir aber beim Dow Jones. Vorläufig nach oben, anschließend dann so ein Rücksetzer. Den fände ich gut. Wenn der dann passiert, würde ich dann allerdings auch hier empfehlen, mach das vom tiefsten Punkt zum dann höchsten Punkt, wo auch immer der dann liegt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das in der Nähe dieses Zwischentieps ist, aber das ist jetzt reingeraten, es kann auch deutlich höher noch gehen. Aber wenn ihr den Hochpunkt habt, wo auch immer er ist, Fibonacci anzeichnen und davon ausgehen, dass diese Zone relevant ist. Im Moment liegt die ungefähr 33.900, also wo ich jetzt den Hochpunkt hier mal angedeutet habe, bis 33.500 von mir aus. Insbesondere, wenn er da korrektiv reingeht, starke Richtung hoch, wackelig runter, Anstieg nach oben im Anschluss. Absolut denkbar, zumindest mal vorläufig erst noch mal ein bisschen bullisch. Dieser Anstieg orientiert sich an dem, was wir vorne haben. Dieser Anstieg ist nicht der Beweis, ab jetzt neue Jahreshoch, neue Allzeithochs und nie wieder fallende Kurse. Sondern das bezieht sich auf irgendwas, was ähnlich ist, unter der Voraussetzung, dass wir korrektiv hier reingehen und drehen, sprich diese Zwischenhochs rausnehmen. Nach wie vor, um das große Bild noch mal in Erinnerung zu halten, ich bin mit so einer Aufwärtsbewegung, mit diesen vielen Rücksetzern, die ineinander überschneiden hier, nicht glücklich aus bullischer Sicht. Ich habe den Eindruck, dass die DAO-Anhänger den Markt nicht lieben aktuell. Auch wenn es jetzt zeitweise mal nach oben geht, das kann man ja für ein paar Stunden nutzen. Machen wir ja auch dann. Aber nicht zwingend davon ausgehen, okay, da ist jetzt alles in Ordnung. Interessanterweise sehe ich das beim S&P eigentlich ganz anders. Beim S&P bin ich guten Mutes. Warum bin ich guten Mutes? Denn wir sind ja in dieser Bewegung, ich zeichne sie noch mal so zur Erinnerung, 1, 2, 3, 4 und jetzt 5, immer noch hier überschneidungsfrei. Das heißt, anders als die Blue Chips, DAX und Dow Jones, finde ich die Tech-lastigen, also der S&P ist ja durch die starke Gewichtung der großen Tech-Titel, sehr Tech-lastig. Das ist immer noch ein Bullenmarkt. Nur dann würde ich lieber die Bullenmärkte handeln, sprich den S&P, als den Dow. Also wir hatten hier ja schon über eine Variante gesprochen, quasi diese Umkehrkerze als Möglichkeit, das hatten wir auch schon als Trade mal vorgeschlagen, hier an der Stelle die Long-Seite zu machen. Das ist für uns jetzt zumindest eine Variante hier mal mit reinzukommen. Das ist quasi die Risikogröße. Und wenn er jetzt da hochklettert, ungefähr Zielzone 4.900, wäre ja nun auch schon nicht schlecht. Also das haben wir im Bond-for-Trading gebracht. Im Trade des Tages habe ich, glaube ich, diesen konkreten Trade jetzt nicht gebracht. Aber ich habe ihn im Video so häufig erwähnt, das sollte dann jetzt jeder in der Lage sein. Da werde ich lieber dann mal einen anderen Trade vielleicht nochmal vorschlagen. Also insofern ist das eher ein bullisches Bild. Auch dieses 3 runter. Und natürlich wäre das da oben auch nochmal ein tolles Zeichen, wenn er das Zwischenhoch jetzt hier aus dem Mitte September nochmal reißt. Aber das ist so weit weg, da kriege ich kein schönes CRV mehr. Deshalb war die Überlegung hier. Und wer jetzt sagt, ja super, jetzt habe ich das Video zu spät gesehen. Und die alten Videos habe ich ja auch nicht angeguckt. Deshalb habe ich das gar nicht mitgekriegt, dass du da irgendwie was gemacht hast. Dann guckt euch an, was der Markt hier macht. Und dann seht ihr, dass wir auch hier im Prinzip eine ganz gute Chance haben, dass im Moment immer noch die Abwärtsseite korrektiv ist. Wir haben aber hier vielleicht nicht zwingend den allerbesten Einstiegspunkt jetzt. Das ist so ein bisschen ähnlich wie beim Dow. 4 Stunden Chart. Letzte Tief hier, 4. Oktober. Erster Anstieg, große Pause. Kein Thema. Nächster Anstieg, kleinere Pause. Nächster Anstieg, kleinere Pause. Nächster Anstieg, große Pause. Hier vorne eher eine Seitwärtskorrektur. Hier eher eine scharfe Korrektur. Witzigerweise ist das genauso wie hier im Großen. Ich mache das nochmal weg. Hier vorne Anstieg, Seitwärtskorrektur. Zack, scharfe Korrektur. Jetzt erwarten wir eigentlich, dass hier die fünfte Welle nochmal hinten drankommt. Das wäre quasi diese fünfte Welle. Vorsichtig, da oben ist Wochenchart. Hier ist meine Erwartungshaltung für viele, viele Wochen. Das hier ist 4-Stunden-Chart. Für viele, viele Stunden ist das hier meine Erwartungshaltung. Aber ihr erahnt schon. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Die internen da vorne habe ich weggelassen. Und dann käme eine Pause. Wer erinnert sich noch von DAX und DAO, wo die Pause hingehört? Ihr messt vom tiefsten Punkt. Ja, da müssen wir auch vom tiefsten messen. Ja, das ist der Vorführeffekt. Ihr habt zu viel rumgekritzelt. So, also tiefster Punkt zum dann höchsten Punkt. Ich nehme den jetzt mal hier an. Ich habe keine Ahnung, wo der exakt liegt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er da liegt. Das ist aber jetzt reine Fantasie. Ich brauche es aber auch jetzt ja noch nicht zu wissen. Wenn der Kurs wieder runterkommt, sehe ich ja, wo der höchste Punkt ist. Und wenn der Kurs erst später runterkommt, da ist der höchste Punkt. Also das ist jetzt nicht irgendwie, was man erst im Nachhinein und dann zu spät sieht. Dann müsste er hier reinlaufen. Und das korrektiv. Anders als hier, wo die gleich großen Korrekturen überschneidungsfrei sind. Die überschneiden sich nicht. Diese Korrekturgröße und die. Die kleinen hier übrigens auch nicht. So, und da, wenn ich aber dreiwellig bekäme, oder wenn es halt nicht dreiwellig sein soll, von mir aus auch irgendwie sowas mit Überschneidung, der ist höher als da, dann sehe ich, dass das korrektiv ist. Ich muss ja vergleichen, welche ist denn die bessere Seite, die stärkere? Na, die Aufwärtsseite in dem Fall, so wie ich es jetzt gezeichnet habe. Dann hätte man hier nochmal die Chance, reinzukommen, in fröhliche Erwartung, dass mindestens das nochmal passiert. Und wie wir ja angedeutet haben, dieser Punkt, warum dieser Punkt, das ist die gleiche Länge hier nochmal, das habe ich eben schon mal gezeigt, bei beim DAO und beim DAX, diese Länge nochmal, kann ich hier schon erkennen, geil, das Ziel wäre da oben und das läge über diesen Zwischenpunkt. Dieser Zwischenpunkt, den ich gerade eingezeichnet habe, ist dieser hier. Und damit hätte ich dann auch sogar nochmal diesen Anstieg bestätigt. Das heißt, ich kann hier unten schon erkennen, dass ich diesen Punkt erwarten kann, aber wenn ich diesen Punkt erwarten kann, dass sich Ziele irgendwo, vielleicht bei 4.900, nicht unrealistisch sind. Ich halte das beim S&P für sehr realistisch. Ist es zwingend? Nein. Denn ich weiß ja noch nicht mal, ob er korrektiv runterkommt. Kann ja auch sein, dass er senkrecht runterfällt. Und ich weiß auch nicht, ob er danach das triggert. Das heißt, wer jetzt dann sagt, dann spare ich mir das, hast du so mühsam immer erklärt, dann geht doch jetzt einfach long, weil du sagst doch eh, dass er da hoch geht. Nein. Immer nur unter der Bedingung, dass alle Gegenbewegungen schwach sind. Ich kenne euch nicht und habe nie was Bullisches gesagt, wenn der Kurs so runter geht. Dann haben wir uns nie gesprochen. Dann bin ich nie über die Longseite, weil das dann nicht schwach ist, sondern dann ist das stark. Ich hoffe, dass ihr das so ein bisschen nachvollziehen könnt. Achtet drauf. Der Markt zeigt es euch. Was ist die starke Seite, was ist die schwache Seite und dann habt ihr eine Idee, was er macht. Und wenn ihr es nicht erkennt, ich kann das manchmal auch nicht erkennen, wenn ich es nicht erkenne, dann mache ich nichts. Also ganz wichtig, wenn man es erkennt, das ist stärker als die Seite. Ich bin also eher auf der Longseite orientiert. Das könnt ihr auch als Filter, wenn ihr jetzt sagt, das mit den Triggern habe ich nie begriffen, dann nehmt es halt als Filter und guckt, was ist dann eher die starke Seite. Also da war noch das die starke Seite und dann wäre das die schwache Seite. Wenn er hier runter getriggert hätte, wäre ich Short gegangen. Hat er aber ja nicht. Na gut, dann muss man ja auch nicht Short gehen an der Stelle. Also, ihr seht hoffentlich, worauf das Ganze hier ausläuft. Ich bin im Übergeordneten beim S&P nach wie vor Bullish und sehe sogar noch eine Chance, jetzt bald nochmal einzusteigen. Wer jetzt da schon reingegangen ist, ja, drinbleiben, also wir sind da drin, aber wenn noch nicht drin ist, dann vielleicht tatsächlich warten, bis dieser Einstieg nochmal kommt und dass man da dann entsprechend reinkommt. Was ist der Unterschied? Hier beziehen wir uns auf den Einstieg auf das Kerzenmuster, den Umkehrhammer, an einer Stelle, wo wir durchaus einen Dreh erwarten würden. Und hier beziehen wir uns auf den Impuls, anschließende Korrektur, ein bisschen anderer Ansatz, gleiche Idee grundsätzlich. Nasdaq, muss ich nicht viel zu erzählen, im Großen, haben wir das so häufig erzählt, gibt es nichts Neues und das hier ist quasi das Gleiche, was wir beim S&P durchgesprochen haben. Auch hier erst nochmal Anstieg, anschließend dann die Rücksetzer. Was soll ich euch erzählen? Ich erzähle euch eh immer das Gleiche. Theoretisch ist das total langweilig, was ich euch hier erzähle und einige werden sicherlich sagen, naja, bringt das wirklich was? Schaut es euch an. Meine Empfehlung für euch, schaut euch diese Muster an und wenn ihr sie nachvollziehen könnt, wenn ihr sie seht, super, wenn ihr sie nicht seht, schaut euch meine Videos an. Ich zeige euch viele, viele Beispiele, so dass ihr eure Augen trainiert auf Situationen, die Schub in die eine, wackelig in die andere Richtung sind, damit auch ihr zukünftig diese Verhaltensmuster immer leichter wiedererkennt und wisst, ein Teilstück erstmal auf der longen Seite. Ob ihr das im Tageschart, im Wochenchart, im Monatschart, im Fünfminutenchart handelt, das ist nachher dann locker übertragbar. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal alles Gute, sag ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.